Willkommen zu Notruf Simulation Teil 2 abonniert um keine weiteren Folgen von Notruf Teil 2 zu fassen Ich werde mich auch über einen Like freuen einsatzberichte zu schreiben ich will das hier nicht jeden Morgen wiederholen wie immer die Fahrzeuge übernehmen und wegtreten wenn man da ist Moment warten es öffnet sich alleine jetzt kommen auch die anderen die Träger mit der I Ich werde die Untertitel ich werde den D Ich werde den Mal von der anderen Sicht gucken. Es ist immer dasselbe. Es gibt immer. Gucken welche Einsätze auch diese vorbekommen. Die Tür zumachen. Tür. Es ist immer noch. Es ist immer noch Tabak. Es ist immer noch Tabak. So kann man die Wände schweben. Drücken wir einfach nur normal und dann verschwindet es und dann gehts. So kann man schweben. Evon einsetzt die noch nicht schweben. Drehleiter. Jetzt fahre ich gerade aus bestimmt. Irgendjemand sollte jetzt fahren. Dir. Jetzt fährt sich der Korb runter. Zeichen sein. Ja. Schweben. 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 Schweben unterbrücken. dass wir hoch kommt er hoch Schnellsgebäude 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 Gebrauchen was ich machen Hier sind noch Treppen so, fahr das Ding mal runter also kann ich rein fahren ich muss was der da drin ist hier gehts nur auf der dreht so das soll er fähig sein jetzt fährt er hier die Spitzen rein da ist die da ist der Korb da ist die dann kann man gleich einsetzen machen da ist schließen nochmal schließen noch einer da ist einsatzbereit wenn das rote weg ist jetzt ist leistungen v u 1 einsatz für lf 24 rtw 1 e lw 1 a 40 schnell runter erst einsatz umziehen ein Auf welcher Einsatz? Nee. Wir können hier gucken, wo wir dahin fahren. Oh, warum ist es bei der Autobahn? BKW ist mit Hauptstadtbahn koordiniert. Autobahnabschluss werden. Wohl voraus kommen. Rennstoch. Ja, bitte. Was ist denn hier los? Kommen wir durch oder stehen die anderen im Weg? Schnell bis zu 80. Das ist schon das Feuer. Schnell bis zu 80. Das ist schon das Feuer. Ich könnte ein bisschen schneller durchfahren. Zum Einsatzort fahren wir auch. Was ist hier in meinem Traum? Nur einfach zu. Einmal. Einmal absetzen. Ja, wir können gleich die absetzen. Ortsbegehung. Kannst auch gleich absetzen. Das ist bestimmt ein Ende. Rät ablagern. Fahrzeug sichern. Einmal. Einmal absetzen. Und, ja, wir können gleich einsetzen. Das ist ein Ende. Alles ist ein Ende. Das ist ein Ende. Weitere Lagemeldung, verpasst euch mit Sicherheit zurück. Das ist bestanden Ende. Jupp, das machen wir nicht. Wenn wir einmal reden, dann kann man nicht mehr unterbrechen. Ein paar zum Sichern. Stimme drauf nehmen. Ich denke, das ist das Problem. Das ist das Problem. Oh Gott. Haben wir die Batterie rausgeholt? Es gibt doch ein Bestandenende. Deiner hat doch den Schweizer. Können wir mal aufmachen. Nee. Hör nicht. Das Ding kann ich noch mal ablegen. Das geht nicht. Kann ich es ablegen. Die Scheibe. Nehmen wir die Tür auf. Machen wir trotzdem auf. Wir sind wir schon mit einem Satz fertig. Kein Öl. Sonst geht gleich von Automatik auf. Bleibt dir hängen. Gut. Gut. Können die mal zusammenpacken. Mal schon zusammenpacken. Kein Öl. Müssen noch sauber gemacht werden. Die Tür ist auf. Abrücken. Hätten wir schon den Ansatz. Klick du mal noch. Gibt es da was zu tun? Gibt es da was zu tun? Wenn wir jetzt ein SENSW ein bekommen. Kreativer Brandschutz. Hier leist ihr nun mit alロaktes. Abschlussmehrung. Patient eine Kanone übergeben. Rücken nun rein. Abrücken. вещи. Was machen wir jetzt? Das war's. Ich habe noch einen Lamm-Zamm. jetzt muss er nicht spät abbiegen genau dahinter ist nur minimal ein bisschen schnell wir werden sofort grün und wer sind es noch und und das rüstfahrzeug so mann gezeigt wo er lang fährt gleich die feuerwache sein hier frau jetzt die ampere hier schoen des Freuhe wachr Es ist auch schön. Fettel, es ist nicht. Mal aussteigen. Das war diese Folge Notruf. Bis zu den nächsten Folgen von Notruf.